Und willkommen zu Online Spaß mit Matze, kurz Awesome. Heute 600, ja 600 nicht 650 mit Badland Isolde. Ja stimmt so Level 2. Ah, nicht oft verwende ich den, aber eigentlich ist er cool. Ich nehme meist dann doch eher den Badland Custom. Wahrscheinlich die selbe Bemalung gegeben in diesen roten, das sieht man gleich. Ich mag diese roten Bemalung. Da laufen wir rein. Da ist er. Mit so ein paar gelben Elementen. Ich werde vergessen woher er kam es in dieser Serie. Das war nicht Moon Gundam. Das war vor Unicorn auf jeden Fall. Twilight Excess oder so? Ist ja auch egal. Ich glaube das ist ein bilder Vorgänger vor dem Custom aber. Ich weiß gar nicht, der müsste hier auch schon gebufft sein. Dann sehen wir gleich ob die Kanone überhitzt aber. Ne so alt ist das Video nicht. Der müsste gebufft sein. Ist ja schon eine Weile her. Okay. Da ist man einmal komplett drum herum fliegen. Leider ein bisschen überhitzt. Da muss man den eigentlich mittelten Nahkampf gehen. Okay ist wohl nicht überhitzt. Beim fliegen macht er auch mehr Schaden. Das wurde doch auch nochmal erhöht. Da kommt er an Boabi. Ich weiß nicht, dass die Auswahl schräumen liegt nur wenn ich gewesen wäre. Aber schon ein Treffer gemacht. Leider hat schon Mates getroffen. Ich glaube hier war der... Mastproduktions... Double Sedan. Jetzt haben wir es. Relativ neu. Zwei Gegner und einer von den Mates. Wobei der aber auch ziemlich gut ist. Also das kann nur sein sie ihn so nehmen. Dann haben wir mal einen Chibi nur drei. Schön in den Rücken. Ah, er konnte noch wegrollen. Eigentlich auch noch eine zweite Rolle. Aber das habe ich zum Glück ignoriert. Gut Schaden reingehauen. Ein bisschen diesen Glot nutzen als Deckung. Ah, zum Glück hat er nicht gekontert. Hätte ich gleich den Downschlag gemacht. Hätte ich mit beiden Schlägen getroffen. Und vielleicht hätte es gereicht. Ja, ich glaube das war's. Oh, wir liegen ja ganz schön weit hinten. Steht 800 zu 3.800. Okay, die machen da zu... Fünf den einen fertig. Wir haben nur einen abgeschossen. Sind dafür alle gestorben. Ah, jetzt sind die fünf... Viel zu früh eingespawnt. Mit dem Atlas. Ah, gar nicht gut. Vielleicht kann man noch mal kurz wegrennen. Der ist ein Stück warten müssen. Ja, okay. Er hat auch noch mal abgeschossen. Sehen wir es mal so. Okay. Ja, gut. Ich hätte ja schon ein Stück früher einsparen können. Oh, die haben unsere Bombe gelegt. Die L.A. Unit wurde gestorben. Die L.A. Unit wurde gestorben. So, wenn ich in der Luft stehen bleibe. Müsste eigentlich schon dieser Attack falle. Ja genau, jetzt ist er nach oben. So, die fliegt wieder runter. Das dauert aber noch ein bisschen, bis der Effekt wirkt. Aber dann macht man echt wenig Schaden. Und die Bombe zu holen dauert noch ein bisschen länger. Dass ich da keinen Konto gefressen habe. Ich hätte einfach mal wieder gleich den Downshock machen sollen. Okay. Da gehen wir auf die Fresse. Zum Glück hält da ein bisschen was aus. Oh, das war gut von denen. So, ich glaube ich wollte eine Rolle haben. Habe nur einen Boost gekriegt. Überlebe ich das noch? Uh, ganz knapp. Ich kann ihn noch abschießen. Oh, der Mate. Der Mate kann ihn durchaus abschießen. Ah, schade. Gar nicht gut. Das erste Leben war deutlich besser. G-03, ne? Interessantes, wie das war eigentlich. Schimmel-3, haben Barbie. Das sieht man jetzt nicht so oft. Hin und wieder sieht man welche davon, aber... Ja, jetzt sind wir schon ein bisschen älter. Das merkt unsere Bewaffnen. Aber ob sie gerne trotzdem funktionieren. Haben Barbies zumeist nur Nerven mit seinen Haken. Vor allem, wenn man sofort ist. Okay. Der Fehl hat ein Beacon. Und läuft der... Wait. Der Weak DJ Modified muss das sein. Und ich treffe die Kante. Irgendwann schon mit einem weggestackt. Ich würde nicht extra Schaden nutzen, aber... Ich weiß nicht, ob's gezählt hat. Das Problem ist, der Isolde hat nicht viel Feuerkraft. Äh, nicht viel Schusswaffen. Da fehlt so ein bisschen im Output. Okay, den haben wir geholt. So leise kommt er wieder zurück, hier. So. Schön getroffen. Wenn's immer so klappen würde, bin ich da kaputt legen. Okay, da... Glaub ist jeder... Der Flieger fliegt weg. Ach, der Barbie ist einfach nur reingeflogen wahrscheinlich. Die haben's mal im Himmel geholt. Okay, schön nochmal den Rücken. Warum passiert die nichts? Der leckt ja auch nicht grad wenig. Das ist eine interessante Sache. Die laufen nur da. Okay, stehen drauf und die kassiert hab. Äh, das sind fast alle tot. Das sind aber nur zwei Gegners, wie's aussieht. Ich hab den damit umgeworfen, äh ja. Obwohl ich ihn könnte... Ich hab einen Schock-U2 in den, oder? Ich meine schon. Hätte eigentlich gar nichts passieren dürfen. So, ein bisschen von da wegfliegen. So. Hat schon das zumindest gedacht. Oh, ich hab den umwerfen können. Okay. Irgendeine Situation noch gerettet. Ah, der Lock ist doch ein bisschen weg. Ah, ich wollte ein bisschen extra schaden. Die Mädchen hätten wir schnell totkriegen. So, äh, da kommen ja zwei hier hoch. Eins am Warby. Ja. Ich weiß nicht, ob der eine Außerspalle machen wollte. Ah, noch schön runtergeslidet. Gleich schon ein bisschen Abstand gewonnen. Schön in den Rücken. Ich hätte ein bisschen Downshack machen sollen. Letztlich wär ich den Delta getroffen noch. Statt vorzupusten. Ja, ein Braviel hast du mir. Und der Delta gar nicht. Ah, schade. Okay, so langsam was ein bisschen knapp, muss ich zugeben. Aber können sie es noch gewinnen. Alli haben ein enemy Mobile Suit. Ist noch alles möglich. Ich meine, die Menschen stehen ganz gut da. Die haben viel Gesundheit, bis auf der eine. Okay. Der jetzt gleich tot ist allerdings. Na, oder? Na, er lebt noch ein Stück. Okay, jetzt können wir mit eins spawnen. So. Ich habe nicht mehr Metern geworfen. Ich bin erstaunt. Ich bin erstaunt. Ich bin erstaunt. Ich bin erstaunt. Kuhl. Ja, ich bin erstaunt. Ich bin erstaunt. Ich bin erstaunt. schon, wenn ich jetzt in den Schlag lande. Okay, ich glaube nicht, dass ich noch einen Tod kriege. Natürlich gehe ich ans Deck ab. Okay. Nein, vorbei. Ich merke keinen Boost mehr, aber die ganzen Gegner. Ich kann mich auch zu dem bewegen. Ja. Ich habe stark ein Konto gekriegt, weil ich vorbeigeschlagen habe, wahrscheinlich. Ich will einfach nur überleben, aber wir sind halt hinten bei den Punkten. Ah, schade, verloren. Obwohl, für mich lief es eigentlich ziemlich gut, würde ich sagen. Ja, manche verlieren wir halt auch. Okay. 130.000 Schaden, richtig gut. Dein Top-Scores. Ich wundere, hast du einen Lobby, oder? Das sind wirklich Gischee-Poisen. Das war ganz cool. Und ja, den Atlas. Du hast lange überlebt, oder? Das war gar nicht so schlecht. Ja, wirklich erster. Ah, schade. Das ist nochmal erster. Und er hat trotzdem verloren. Ja, da glaub ich, das ist auch fast nur 1000. Ja, gut. Daily Mission. Keine Kiste. Dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal. Ja.